Willkommen! Wir werden uns hier ein interessanter Anwendungsfall anschauen aus einer alten Abituraufgabe, wo es darum geht, den Abstand zwischen einem Punkt und einer Ebenenschar auszurechnen. Es handelt sich eigentlich um eine Extremwertaufgabe. Bevor wir mit der Aufgabe loslegen, gibt es allerdings eine Grundlage, die wir an dieser Stelle kurz wiederholen sollten. Und zwar, wenn es um Abstand, Punkt, Ebene geht, sollte man eigentlich immer an die hessische normalen Form denken oder abgekürzt HINEF. Dafür gibt es in jedem Lehrbuch oder Merkhilfe zwei Formeln, abhängig davon, in welcher Form sich die Ebene befindet. Also wenn die Ebene sich in normalen Form befindet, dann findet ihr diese Formel. Und wenn sich die Ebene in einer Koordinatenform befindet, dann findet man diese Formel hier. Obwohl die erste Formel kürzer und knapper aussieht, ist sie nicht wirklich dafür geeignet, sie hier anzuwenden. Deshalb werden wir hier bei dieser Aufgabe diese Formel hier nutzen. Für den Fall, dass ihr euch nicht mehr erinnert, wie das ging, keine Sorge, im Verlauf der Aufgabe klärt sich das Ganze. Und hier ist unsere Beispielaufgabe. Wie ihr seht, die Aufgabenstellung ist relativ kurz, deshalb würde ich auch vorschlagen, hier auf Pause drücken, um euch in Ruhe diese durchzulesen. Ich gehe davon aus, dass jetzt das jeder gemacht hat. Also wir haben eine Ebene-Schar mit dem Parameter K. K ist Element von R, also K kann jeden möglichen Wert annehmen. Und ein Punkt P. Und dann die Fragestellung. Welche Ebene der Char hat den größten Abstand von P? Ich habe bereits am Anfang erwähnt, dass sich eigentlich hier um eine Extremwertaufgabe handelt. Und das könnt ihr sehr einfach erkennen an dieser Formulierung hier am Ende, den größten Abstand. Also wir suchen nicht irgendeinen Abstand, sondern den größten Abstand. Und das bedeutet, wir müssen für dieses Abstandsproblem eine Zielfunktion für diesen Abstand aufstellen und für diese Zielfunktion dann das Maximum bestimmen. Das wäre dann an den Schaubild der Zielfunktion der sogenannte Hochpunkt. Zur Erinnerung, wir haben gerade gesagt, dass wir diese Formel hier benutzen werden. Und deshalb habe ich sie nochmal auf der rechten Seite zur Unterstützung eingeblendet. Und genau das machen wir an dieser Stelle. Wir setzen praktisch die Ebene und den Punkt in dieser Formel ein. Zur Erinnerung, wenn ihr auf der rechten Seite schaut, oben in Zählern bei dieser Formel wird immer dieser Punkt P für x1, x2 und x3 in die Ebene eingesetzt. Und unten im Nenner, was ihr da seht, ist einfach die Länge des normalen Vektors. Normalen Vektor sind genau diese Koeffizienten hier für x1, x2 und x3. Also, dann schreiben wir auf der linken Seite, der Abstand zwischen Punkt P und dieser Ebenenschar EK ist gleich. Also, fangen wir doch mit dem Zähler an. Wenn wir diesen Punkt in dieser Ebene einsetzen, dann haben wir entsprechend 3 mal 4 plus k mal 7, dann minus k mal minus 3. Und die Zahl, die auf der rechten Seite bei der Ebene steht, die 6, wird natürlich rübergebracht mit minus 6. Das seht ihr auch auf der rechten Seite anhand der Formel. Wie bereits erwähnt, unten im Nenner brauchen wir einfach die Länge des normalen Vektors. Der lautet dann, oder diese Länge lautet dann 3 ins Quadrat, plus k ins Quadrat und nochmal plus k ins Quadrat. Das Minuszeichen bei dem zweiten k habe ich weggelassen, weil wenn wir dieses minus k quadrieren, wird es sowieso positiv. So, drumherum Betragsstriche, obwohl diese hier eigentlich keinen Sinn mehr machen. Wieso, klären wir jetzt gleich. Unten im Nenner ist sowieso eine Wurzel. Aus einer Wurzel kommt nur eine positive Zahl raus. Und im oberen Zähler gehen wir davon aus, dass das Wortzeichen bei dieser Aufgabe stimmt. Sonst werde die Aufgabenstellung nicht so gestellt. Von daher können wir die Betragsstriche auch weglassen. Jetzt fassen wir das Ganze zu einer Zielfunktion zusammen. Also wir können das auch allgemein bezeichnen als t von k. Also das ist der Abstand in Abhängigkeit von diesem k. Damit es mehr so wie eine Funktion aussieht. Und wir fassen jetzt im Zähler alles zusammen. Also zahlenmäßig haben wir dann 3 mal 4 sind 12. Minus 6 bleibt 6 übrig. Und bei dem k habe ich 7k plus 3k ergeben für uns 10k. Gut, unten im Nenner kann man auch ein bisschen das Ganze kompakter darstellen. Sagen wir mal so. 3 hoch 2 sind natürlich 9. Und dann habe ich k² plus k². Das sind dann plus 2k². Und das ist sozusagen unsere Zielfunktion, für die wir jetzt das Maximum bestimmen wollen. Um das Maximum einer Funktion zu bestimmen, hat man in der Regel zwei Möglichkeiten. Eine wäre, die ersten beiden Ableitungen zu bilden. Die erste Ableitung benutzt man dann zur Bestimmung der Extremstelle und die zweite zum Nachweis des Maximums. Oder, so wie wir es hier machen werden, wir bilden nur eine Ableitung, weil die wird schon schrecklich genug aussehen. Und überprüfen die Existenz des Maximums mit Hilfe des Vorzeichenwechsels dann in der ersten Ableitung. Also, unser erster Ziel ist jetzt natürlich, die erste Ableitung für diese Funktion zu bilden. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, diese Funktion abzuleiten. Einmal mit der Quotientenregel, wenn ihr das überhaupt im Unterricht gelernt habt. In den meisten Bundesländern wird das jetzt in der Oberstufe nicht mehr so direkt gezeigt, vielleicht nur als extra wurscht. Eine zweite Möglichkeit wäre natürlich, das Ganze über die Produktregel abzuleiten. Genauso werde ich machen, weil so ist es meistens gewollt. Und um diese Produktregel anzuwenden, muss ich erst mal diesen Bruch hier auflösen. Das heißt, wir schreiben diese Wurzelnenner um und ziehen sie nach oben eine Klammer im Zähler. Entsprechend haben wir dann im Zähler 6 plus 10k, das ist unser erster Term, mal, zur Erinnerung, die Wurzel umgeschrieben als Exponent ist hoch 1,5. Und wenn wir das noch vom Nenner in den Zähler ziehen, dann ändert sich beim Exponenten das Vorzeichen. Also wir haben dann 9 plus 2k² hoch minus 1,5. Und spätestens jetzt solltet ihr erkennen, was für die Produktregel hier u und v ist. Also unsere erste Klammer wäre dann sozusagen das u und zweite Klammer das v. Ich sage jetzt u und v, weil üblicherweise wird die Regel immer so aufgeschrieben und dann lautet die Ableitung dann u' mal v plus u mal v'. Und genau diese Regel sollten wir auch hier an dieser Stelle jetzt anwenden. Also u', das bedeutet, ich leite die erste Klammer ab. Da bleibt zum Glück nur eine 10 übrig. Dann die zweite Klammer wird unverändert abgeschrieben. Das ist unser v. Plus 2k². Und das Ganze hoch minus 1,5. Dann kommt plus u. Das bedeutet, die erste Klammer wird dann komplett abgeschrieben. Und unser zweiter Klammer wird abgeleitet. Das ist eine verkettete Funktion. Deshalb äußere Ableitung mal innere Ableitung oder umgekehrt. Ich bringe jetzt diese minus 1,5 nach vorne. Und dann wird die Klammer vorerst abgeschrieben. 9 plus 2k². Die neue Hochzahl, wenn wir 1 abziehen, ist dann minus 3,5. Und jetzt zum Schluss kommt noch die innere Ableitung. Also 9 fällt beim Ableitung weg. Und 2k² abgeleitet sind 4k. Abgeleitet haben wir jetzt das Ganze. Allerdings sieht der Term so schrecklich aus, dass man am gleich Null setzen gar nicht denken kann. Zuerst. Oder vorerst. Deswegen fassen wir das Ganze ein bisschen zusammen. Also unser erster Term. Da können wir diese Klammer mit den negativen Exponenten auch wieder unter den Bruchstrich bringen. Und dann haben wir oben einen Zähler 10 stehen. Und unten, wenn wir das unter den Bruchstrich bringen, dann steht wieder hoch 1,5. Und das können wir wieder als Wurzel darstellen. Ist in diesem Fall ein bisschen günstiger. Also so würde dann das Ganze bei dem ersten Term aussehen. Bei den zweiten Termen lässt sich das Ganze auch noch ein bisschen vereinten. Zum Beispiel, wir haben hier minus 1,5 und 4k hinten. Also vor allem diese 4 interessiert uns. Die 2 hier unten kürze ich mit der 4 weg. Dann bleibt hier nur noch eine 2k übrig. Und das können wir auch mit dem Minuszeichen verrechnen und ganz nach vorne ziehen. Also wir hätten dann praktisch Minus. Und dann 2k mal die Klammer, die da vorne schon steht. Also diese 6 plus 10k. Klar könnte man diese Klammer auch auflösen, aber das lasse ich erstmal so stehen. Und die hässliche Klammer mit der negativen Hochzahl oder Exponenten können wir ja auch unter den Bruchstrich bringen. Dann wird der Exponent positiv und das können wir wieder als eine Wurzel darstellen. Das wäre dann entsprechend Wurzel aus 9 plus 2k Quadrat. Und die Klammer hat dann noch eine Hochzahl und zwar hoch 3. Das alles gehört dann unter der Wurzel. Und das ist dann die erste Ableitung, die wir gleich 0 setzen werden. Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Ja, man könnte diese Terme auch zu einem Bruch zusammenfassen. Allerdings bringt das eigentlich kein Vorteil bei dieser Aufgabe mit sich. Deshalb werde ich die Funktion oder die Gleichung diesen Zustand gleich 0 setzen. Und hier an dieser Stelle habe ich die erste Ableitung genommen und gleich 0 gesetzt. Und ich habe ein bisschen ein paar Rechenschafts schon vorbereitet, damit wir nicht unnötig Zeit vergolden. Also entsprechend versucht man dann ein bisschen die Terme aufzuteilen. Diesen Bruch mit Minus auf der rechten Seite bringen wir dann einfach auf der linken Seite. Dann sieht das Ganze so aus. Und hier steht vor unseren Augen so eine Art Bruchgleichung, die man am einfachsten lösen kann, den man mit dem Hauptnenner durchmultipliziert. Also damit die Nenner, beide Nenner links und rechts verschwinden. Der Hauptnenner wäre dieser hier. Und wenn wir jetzt das Ganze hier mit links und rechts verrechnen, dann merken wir, auf der linken Seite ist es ganz einfach. Da bleibt nur noch 2k mal 6 plus 10k übrig. Beim nächsten Schritt werden wir natürlich auch diese Klammer auflösen. Und auf der rechten Seite ist es ein bisschen schwieriger zu verstehen, aber wenn wir diesen Hauptnenner mit unserem Nenner auf der rechten Seite kürzen, dann bleibt nur noch 10 mal Klammer auf 9 plus 2k Quadrat übrig. Übrigens, mir ist ja klar, dass meine tolle Kürzaktion auf der rechten Seite eventuell den einen oder anderen von euch verwirrt und deshalb eine Erklärung bedarf. Deshalb habe ich auch eine vorbereitet hier. Also, wenn ihr die rechte Seite hier kürzt, dann könnt ihr euch einfach das so vorstellen, das ist oben unser Hauptnenner und unten der Nenner von dem rechten Bruch. Und wenn man das kürzen möchte, dann kann man sich das Ganze, die ganze Wurzel kann man auch als Exponenten hinschreiben. Entsprechend hätten wir dann hier 9 plus 2k Quadrat hoch 3 halbe durch 9 plus 2k Quadrat hoch 1 halb. So, nach den Potenzregeln könnt ihr das Ganze jetzt oder diese zwei Terme zusammenfassen. Das ergibt dann 9 plus 2k Quadrat hoch und jetzt ziehen wir die Hochzahlen voneinander ab. Also, 3 halbe minus 1 halb ergibt 2 halbe. Ja, und das kürze ich weg. Also bleibt nur eine 1 übrig. Und das ist die Begründung, wieso nur 9 plus 2k Quadrat übrig bleibt, was ich auch hier an dieser Stelle in dieser Klammer habe. Und jetzt können wir auf der linken Seite mit unserer eigentlichen Rechnung weitermachen. Also, ich löse auf beiden Seiten die Klammern auf. Entsprechend haben wir dann hier 12k und plus 20k Quadrat und auf der rechten Seite 10 mal 9 sind 90 und dann ebenfalls plus 20k Quadrat. So, und ihr kennt schon die gute Nachricht, wenn wir jetzt anfangen, die Terme zu verschieben, dann merken wir schnell, dass sich 20k Quadrat und 20k Quadrat gegenseitig aufhebt. Also, die können wir uns wegdenken und dann entsprechend durch 12 teilen und dann haben wir K ist gleich 90 Zwölftel, wenn man das noch das Ganze kürzen, 15 halbe oder 7,5. Und jetzt sind wir so gut wie durch. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist die Überprüfung des Maximums. Dafür habe ich hier nochmal die erste Ableitung eingeblendet, dann unsere mutmaßliche Extremstelle K ist gleich 7,5. Und wir haben ja bereits am Anfang erwähnt, wir werden das mit dem Vorzeichenwechselüberprüfung in der ersten Ableitung durchziehen. Also dafür muss man sich sozusagen diese Lösung auf eine X-Achse oder auf eine Zahlenstrahlachse vorstellen. Also hier ist die 7,5. Und wir brauchen zwei Werte, einmal links, einmal rechts, die wir in der ersten Ableitung einsetzen können. Auf der linken Seite habe ich mich für die 7 entschieden, in Taschenrechner eingetippt und das war das Ergebnis, 0,005. Und auf der rechten Seite für die 8 und da hatte ich minus 0,003. Ihr erkennt schon entsprechend, wir haben einen Vorzeichenwechsel von Plus nach Minus, also von links nach rechts gesehen, so wie immer. Deshalb ist das hier eigentlich schon das Beweis für ein Maximum. Ich schreibe mal hier abgekürzt Max. Für den Fall, dass jemand Interesse oder es interessant findet, habe ich hier nochmal den maximalen Abstand ausgerechnet. Der wäre jetzt nicht unbedingt notwendig, aber das wäre 3,6. Wenn ich mich im Taschenrechner nicht vertippt habe, der ist nicht mal mein Freund. Und wenn ihr euch fragt, ja, was ist mit den Randwerten in diesem Fall, weil es eine Extremwertaufgabe ist. Ja, zugegeben, damit ich die Aufgabenstellung nicht so groß mache, habe ich das auch übersprungen und nicht mehr reingeschrieben. Stand in der Aufgabenstellung, dass auf die Überprüfung der Randwerte verzichtet wird hier. Aber auch so würde kein Sinn, hier nach irgendwelchen Randwerten zu suchen, weil das K nicht eingeschränkt war und das eine sehr mühsame Sache wäre. Also hier wäre es überhaupt nicht notwendig gewesen und ich glaube auch nicht, dass bei solchen Aufgaben das der Fall je sein wird. Zum Schluss noch ein paar nützliche Hinweise. In Zusammenhang mit Scharen sind vor allem Lagebeziehungen zwischen Ebenen- und Geradenscharen von Bedeutung oder die Schnittgerade bei Ebenenscharen zu bestimmen oder Winkelberechnung mit Ebenen- und Geradenscharen. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abschluss. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, was für euch das Video gefallen hat, Vielen Dank.